Keine Ahnung Da ist er, da ist er Der ist aber heftig Ja, da unten Der ist bei dir Bei dir Nein bei Der ist bei mir Heftig Bei mir? Bitte nicht Er ist auf mich Ei bis herz Fuck, 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 ich bin tot Komm, 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 komm Ich bin tot Scheiße Now let me feel the pain Ja Ja So, willkommen zum Projekt Kingdom Hier mit uns fünf Die anderen kommen noch, die haben keine Zeit, die Lauris Dabei sind Infund Games Also ich, Yannis Und Vincent Ja Sag hallo Hallo Okay Wer ist noch dabei? Stellt euch vor BucketCraftTV Richard fehlt jetzt, ist aber egal Jo Leute Jo Dortler Ich bin alleine Hallo 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 Und ich Sir X Und ich bin auch Allein Krasser Typ Ja Ja Hey, na dann Würde ich mal sagen Ups, ich bin noch gemacht Ähm Fähiger hat Schieter Jo Äh, ich bin auch noch Wer hat das nicht Ich Sir X Du musst mich auch noch kurz zu Ja Du kannst mich dann natürlich auch lassen, also ich hätte da nichts dagegen Jo Jo, das nennt man Aufnahmen Okay Dann, geht's los und jeder geht in seine Farben Wir sehen hier Ähm, scoreboard und so weiter und so So, also ich bin schon mal da Und wenn ich gleich die Frage Warte, Alter, die Hälfte des Lebens Ja, ich weiß Okay, ähm Heftig Ja, Regeln sind ja relativ klar Also kann ich ja dann nochmal später ansagen Okay, wir haben ne Bunze War klar wissen, dass du dir erstmal alles aus der Kiste nimmst, ne? Natürlich war's doch Wie klar, Alter Nein, bitte nicht, Spinne, Tüte, Milch nicht Alter Hier, Lutz, mir doch die Roden Okay, ähm Wir haben hier Das geile Revlon abgekommen Abbekommen, weil ich schon, also zu Wartefack, Spinne, Alter Ja Hau ab Äh, bleib noch Ich hab Angst Junge, ich sag jetzt nicht Ey, das ist meine Mein Haus, Wintzeln Mein Haus? Ja, mein Haus Äh, Wintzeln, willst du mir helfen? Hier ist ne Späne und ein Skeletton Hallo Oh Scheiße, ich lebe glaube ich Gummir nichts Okay Ah Fuck, fuck, fuck Einfach ab und einfach ab und Nichts Alter Huh Scheiße ist das geil, komm mal her Ich hab hier übelstes Geile gefunden, komm mal mit Richtig geil, ich glaube, der zieht sie mir hin, Alter Wo? Wo bist du? Ich bin jetzt hier bei Ah, da, ja, wo Ich hab dich schon gefragt Äh, ey, wir können dann auch vielleicht weggehen aus dem, äh, Ding, auf der Computer könnte man für sich selber oder wenn je nachdem, wie ihr wollt Ja, weil ja Äh, der ist egal, oder so Weiß nicht Ja, jolo, wir können erstmal noch zusammenbleiben, bisschen quatschen Ähm, ja genau Die, ähm, Infos, äh, in der Infobox sollte von jedem sein stehen, wer mitmacht am Anfang und, ja, könnt ihr alle bei allen vorbeischauen Ja, denn der Vincent und ich sind ein Team Ja, denn der Vincent und ich sind ein Team So schön eingeblendet Ähm, ja Der ist da Können wir auch mal vorbeischauen Es kommen noch welche dazu Eigentlich hatten wir ja vor, mit mehreren zu starten, aber die Homes haben dann abgesagt und einer war dabei Das ist nicht einfach mal fett gebannt, weil er einfach so Oh, jung, 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 jung Was geht, wo das möge erinnert? Ähm, kommt man mit, kommt man mit, kommt man mit Ich bin zum Wald gerannt, um Nach Richtung Westen Okay, steht, seitdem Sie mich hier Okay, Richtung Westen ist nicht, voll Was das Richtige angeht Bei F3, muss ich schauen, dass ich dann Westen Da, 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 da Er macht weiter Da, unten unter der Geste dr und dann geht der Schwester Uwe Spur und dem Haus und was ist das in 10 Wiesbund sind weiter die Glockenbund die Richtung sie sind Rufberg da ja sie sind und oder das ist eine Höhle drin da könnte ich das so abpuck ich und wissen wir wenn man hier lang läuft wo ist mit der ich einfach mal er wird aus Hessen aber ich weiß nicht was ich muss erst mit ihr bleibt und sie haben ja ich meine ich kann man übelst in der Karte Hänge und so sachen aber gerade noch zu bauen und wie keine Ahnung aber ich stelle nachher nur ein wie das mit dem alter weil sie leckt bei mir fällt mir gerade auf Echt und geht in dieser Zeit was für mich da von den FPS zahlen Echt ja weil wir bleiben stabil es hat nicht bei Videos hätten von zum Kack ich finde die Arbeit in den deutschen Speicher eingestellt da habe ich auch gemacht er ist auch noch nicht Jo ich habe auch zwei Geräte ich habe hier okay und ich habe zu tun erhöht aber es wird die Kälte waren am übertreibend ich habe es hier ich habe vier Jahre ja okay jetzt nämlich auf einmal fest es auf was ein Verhältnis die auch in Verstärkung der G3 50 Prozent Warte fahrt ich glaube ich habe es in das Haus gefunden warum ich darum in Brüssel in der Nähe des Hauses der Infektivität auch mit der Rösten und dann haben wir das schon dadurch dass die Felder haben ich habe ein Haus gefunden und wir spielen jetzt gerade einmal direkt rekt er auch nicht erlaubt werden warum wir nicht erinnern das ist ja alt beschlagen dass ich muss ja wie vor Ort und man sich nicht gebrauchen es sind wichtig die Künftel nach scheiß Stilett stoppt ab hat irgendein ein timer ja ich habe ein er war es kam mir ab ich habe es heute ab ja doch auch nie ich mein bleib doch da ja und immer diese schweine geht kaum ein bisschen ab und immer das ist schwierig als mutter auch ein schwein und sind auch immer weg er war so heftig und lustig immer noch die Männer schlafen ein jetzt mutter oder ja so macht ihr einst wird ich schlack als es wird das ist doch so ich mache dann mal ein feld für uns wirst du gerade ein Scheiß rein ho Junge der Boss hat schon einen Steinschwert was sagt man dazu Bosshaft ich habe schon ein Pfeil was auch so dazu feier Junge wenn sie in der Zeit an der Zeit aufhören und gegenseitig ich schlachte noch bis in Hedis oder hat er ein Gericht der Fähigkeiten haben wir gesehen da ein paar Gesehnte haben das erste okay er auslust aber mal bitte gewissen war hier mal die Fehler da kommt man her er hat auch immer trotz der Kinder Prozent sich schon mal dass man gewährt werden wir sollten die sind scharfe schon mal alle von uns ist gut und es ist gut die Betten er hat man sich vergessen okay ich sterbe um wollen wir machen unsere eigenes Geld von Figuren er ist ein Thema nicht die Wille der Dinger er hat die können mich ein Problem erschaffen er steht hier guck mal wenn es ein Koppel in Prozent Prozent hier ich bin genau hinterlegt er jungs dann lasst man unsere eigene konnte machen und so stadtmäßig Fakt und das in Kripa oder ein Skelett oder so bei der nächsten Villager okay dann gehen wir kurz in die eigene ja hatte ich glaube Marius kurz ein eine Runde ich auch noch an Prozent 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 Stadtkonti auch viel besser der Hallo okay guck mal er hat gewusst so ist ich weiß was er hinten hatte hatte das schon einmal ist gezeigt er hat man hier e hier ist mal er hat das an einen Bruchwissen das geile Winsen kommen mit in der Zeit er steht auch hier hallo was hast du da das ist das war auch nicht zu das ist in der Welt er ist ja so wie geht es er stimmt ja was ich weiß ich habe es geht ich habe keine Ahnung wie ich dieses Spiel überleben soll ich habe mal so gerade keine Ahnung was ich machen soll was zu behinderten um wie wär's mit dem grundlegenden Minecraft der Echt nach so ein Stein hilft die Prämmer Stein bitte mp es sind die Stein abruf jetzt ja wie wir sind in einem Team sind und wir wollen doch auch als ein halbes Leben ich darf nur die Gäste die Gäste ist noch und Gott war zu werden wir machen die Masse dessen noch die Tiersentwicklung um so zählte okay wartet dann Ich geh jetzt... Ich habe mein Haus gefunden. Ja, okay, ich geh dir was zu essen besorgen. Ich bin mal sozial heute. Oh, nett. Mhm. Mein Pisten. Ha, ich habe Betten. Ja? Ja. Für euch alle. Das ist gut. Darf ich mir was essen geben? Ja, ich bring dir was mit. Okay, geb ich dir. Wo bist denn du? In meinem Haus, wo ich gerade in den Boden bin. Ich hab' aber, auf Betten. Hier, guck mal. Ja, werfen einfach was zu. Ich kann ich gerade nicht angucken. Ich hab' keinen Bock auf dich, sorry. Okay, weil dann haben wir schon mal Safety in unserem total geilen Home. Ja, das ist auch noch für dich. Oh, bist du nett. Ich hab' dir jetzt mal vier Steine geholt. So viel hätte nicht sein müssen. Ich hab' jetzt schon einen Stacksteine gerade gefahren. Quatsch. Und zwar, wenn es da hinten gibt, da hinten gibt so überstehende Hänge, darum hab' ich gesagt, wir gehen auf den Dieseln, ähm, diese Ex-Dream-Stadt und überstehenden Hänge. Und dann, oh, so ein Dorf. Wenn ich hier mal wieder fängst, dann hab' ich hier mal wieder stein ab. Ja, ich hängst, der fängst, nein, ähm, diese Redstone. Da ist einfach so geil, weil, ähm, da könnte man so die Brücken bauen und in den Stein dann irgendwann unsere Feste bauen. Wo seid'n ihr jetzt? Und an der Erde. Und wo soll ich dein, Vincent, wo ist dein Haus dann? Weiß' ich noch nicht. Äh, meins hast du ja schon gesehen. Ist ja schön zugebaut gehabt, Trained. Ich find' kein Eisen. Warum find ich kein Eisen? Keine Ahnung, ich find' auch kein Eisen. Ich hab' allerdings nicht dringend den Schnee wegmachen und auf jeden Fall, das muss auf jeden Fall noch den ganzen Schizzel-Mizzel weg. Weil auf den hab' ich keinen Bock. Okay. Ähm. Also ich meine, mit Schizzel-Mizzel meine ich hier Kies und so'n Kack. Jo. Krass, Alter, ich habe schon ein Holzschwert. Ich hab' jetzt schon zwei Stecksteins. Wow, ich gehst du ab. Ja, ich geh' ich geh' schon nach Schnapp. Witzend hast du, ist es dein Haus, wo so ein bisschen das Stein, ähm, in der Bibliothek ist es sein Haus? Die Bibliothek der Haus? Komm einfach mal mit. Mein raus ist. Wo bist du, komm' mit? Warte, was ganz abseits ist, ne, von allen anderen. Äh, warte kurz. Wo ist das nochmal? Wo ist das nochmal? Mein Haus war kurz hier? Wo ist das noch mal? Was das hier? Ja, genau hier. Das ist. Mein Haufen. Äh, welches jetzt? Ich sehe es nicht. Spinnert hier. Ähm. Ich bin blind, ja, da ist hier. Das kleine Fizzle. Ja, wie oft noch? Ja, wie oft noch? Geil. Das ist doch geil hier drin, ich weiß gleich was du willst. Oh, ne, stopp, ne. Das ist doch geil. Okay, es wird gleich Nacht. Ähm, ja. Die anderen können wahrscheinlich noch nicht schlafen. Sind die Behinderte. Ich frag mal. Ähm. 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 Fuck, fuck, fuck. Alter. Fuck, du hast du? Wo bist du? Wo bist du? So ein heftiger Zombie, der mich gerade, alter. Der hat 42 Leben. Der hat 42 Leben. Hilf mir. Ja, wenn ich wüsste, wo du bist. In meinem Haus. Warte, Alter. Der hat sich durch die Wand teleportiert, Leute. Wo ist er? Fuck, fuck, fuck. Keine Ahnung. Ist aber heftig. Ja, ne? Da ist er, da ist er. Da unten. Der ist bei dir. Der ist bei mir. Bei mir? Nein, bei... Bitte nicht. Ich hefte, ich hefte. Hinter dir. Halbes Herz. Oh, scheiße. Er ist auf mich, er ist auf... Fuck, 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 fuck. Ich bin tot. Ich bin gleich tot. Komm, 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 komm. Ich bin tot. Scheiße. Nein. Fuck. 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 Okay, ähm. Ihr müsst mein Grabstein aufsammeln und den... Ich? Okay. Warte mal. Nein. Bis dahin kann ich mich nicht mehr... Ich... Wieder belebe uns gerade beide, aber... Nein. Okay, warte. Äh, ich mach uns so einen provisorischen Friedhof. Ja, scheiße, Leute. Erste Folge und ich bin schon tot. Hat einer von euch einen Timer sich gestellt? Okay, du kannst. Okay. Ja, ich bin irgendwo gelandet. Ah, scheiße. Ich hab vorher noch auf mein Bett geklickt. Das war das Gute. Ich bin immer mal so nett und... Alter. Ja. Oh, was da los, ne? Ey, Vincent, klick einmal auf dein Bett. Du musst dich kurz reinlegen, dann... Ah, ja, stimmt. Nächstens hier. Ja, sorry, ich bin jetzt... Vincent, kaffee dich aufmachen? So aufstehen. So, ja, du bist bei mir. Ah, ja, ich hab... auch... Rücken-Spitzer. Seid mir. Ich musste mich jetzt DP in, das war eigentlich nicht regelkonform. Oh, fuck, hat's gerade geleckt bei mir. Ah, weil du zu... Also eigentlich war das nicht regelkonform, dass ich mich jetzt DP habe. Naja. So. Äh, alle arbeiten dran. Komm mal rein, komm mal rein. Mein Haus ist das, mein Haus. Ja, ja, ich weiß, ich will ihm seine Sachen geben. Ach, oh, ja, klar. Wow, da ist der... Mach die Tür zu. OP-Zombie. Oh, sieh zu, komm sie zu. Jetzt drauf. Oh mein, ich sterbe. Wo ist denn der? Ich sterbe. Wo ist der? Geh weg. Ey, der OP-Zombie. Da, 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 da. Nicht ins Haus kommen. Na! Wir haben ihn geklatscht. Wir haben ihn geklatscht. Scheiß auf meiner Tastatur ist. Fuck. Ich hab ihn geklatscht. Ey, Vincent sammelt mal seine Sachen auf. Ich hab ne Rüstung. Diamant. Junge, wir sind so OP. Ey, leg dich mal in dein Bett. Hab ich doch schon längst. Cool. Oh. Ey, Info nicht beliebt dich. Hallo? Alles gut. Janis? Janis? Janis hat Rage Creek begangen. Echt? So, Leute, ihr wart jetzt bei einer Primäre dabei, ja. Am ersten Mal in meinem verfickten Leben ist mir ein Getränk auf meine Tastatur gelaufen. Oh, Junge! Und zwar Energy Drink. Das ist lecker. Toll. Das war bestimmt ein halber Liter oder so. Und ich hab... Zack, aber überall meine Tastatur klebt das Zeug jetzt, dicker. Oh, Junge! Ich glaub ich nehm die Tasten raus. Ja. Weil wenn ich das mache, quält es so. Oh, das ist ekelhaft. Okay. Okay. Ähm. Okay. Schreib dir mal einen Plan, dass sie sich einfach wieder regenerieren sollen. Achso. Oh, Junge. Okay. Ich würd sagen, das reicht auch für die erste Folge, oder? Ja, ich denk auch. Wir haben jetzt 8 Minuten in dieser Confine, davor hatten wir ein paar. Und würd ich sagen, ich hab endlich ne Brustrüstung. Nice, man. Ey, ey, warte mal Vincent, ich will mal was ausprobieren. Komm mal raus. Oder warte, ich komm mal zu dir rein. Wenn ihr trafst. Warte, komm mal rein. Äh, leg mal dein Schwert aus der Hand. Nein, du sollst nicht wegwerfen. Du sollst nicht mal schlagen. So. Du brennst nicht, okay. Schade. Da steht... Junge, ist gut. Ist gut, Vincent. Okay, ähm. Da steht... Geiles Ende von der ersten Folge. Ähm, alles nasch bei mir. Und YOLO. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ähm, hat euch hoffentlich gefallen. Und bis dann. Ciao.